ARD Text im Auftrag von funk Charger ist halt ein altbekannter Klassiker, jetzt aber nochmal neu aufgedeckt. Wie die anderen davor, schießt sie auch in die Luft und man muss sie anzünden. Und Abfahrt dafür. Dafür auf jeden Fall erstmal ein Like Leute. In dem Sinne, schaltet die Glocke an. Geil ey. Nicht geil!